Hi, hier ist der Gunnar, ich bin mit Phil unterwegs. Wir haben hier irgendwie mit Knieproblemen zu kämpfen und Achilles innen und sind ein bisschen scary wegen der Downhills. Wir steigen hier auf Touring-Modus um und werden so ein bisschen freier die Route gestalten und schauen mal, was passiert. So, wir sind aus dem Rekord-Setting raus. Das sollen jetzt andere übernehmen, das sollen Paul und René unter sich ausmachen, wie es aussieht. Und wir schauen, was passiert. And Phil is giving a phone call later for the English version. Okay, also ich sag erstmal bis dahin und man wird mal sehen, wo der Spot sich jetzt lang bewegt. Bis dann, ciao.